Ich denke mal, ich habe doch hier ein Tor geöffnet. Also, nee, nicht hier. Sondern... Hier. Also muss ich auch hier lang. Aber wo? Ah! Setten. Das ist geil. Wie soll man das bitte schön sehen? Wow, da ist wieder Rocketman. Ha, 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 sehr gut. Jetzt geht es aber ab hier. Fuck. Puh. Zum Glück war der ein bisschen blöd. Ah, er aber nicht. Sechs leben noch. Ja, das war jetzt ein bisschen Kamikaze-like, aber egal. Ist hier was? Ne. Ähm... Von da komme ich. Puh, pfuh, 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 pfuh. Muss ich auch noch Slalom hier laufen. Sehr schön. Wow. Ne, mit dem will ich nicht herumspielen. Dich lasse ich ausnahmsweise am Leben. Dich lasse ich ausnahmsweise am Leben. Wow, da kann man drüberschießen. Ey, dieses Level ist ja ewig groß. Noch fünf Leben. Ich weiß nicht, ob ich richtig gehe. So viele Gänge. So viele Türen. Ähm, ja. Okay, hier war Energie drin. Und dann gehe ich jetzt am besten mal hier hoch. Ach so. Schneller, Harry. Komm. Nee, ich bleib bei der Shotgun. Das war knapp. Ist da irgendwas? Ja, da geht's auch lang. Wusste ich doch. Was ist das denn? Min. Wofür brauche ich denn Min? The key to the palace. Okay. Min sind doch wohl voll für'n Arsch. Wow. Was war das denn? Diese Minen sind auch so klein. Kaum zu erkennen. Hier kann man doch bestimmt... Nee. 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 Ja, hat sich relativ gelohnt. Okay, nach unten. Wow. Hier kann man auch rein. Ja, hier gab's irgendwas. Geh ich erst mal hier lang. Ja. Nicht gut. Scheiße. Noch vier, ne? Kacke. Ja, ich würde schon zu gern wissen, was da rechts noch ist. Ich möchte auch nix verpassen hier. Ah, super. Okay, nach unten oder nach rechts? Oh, coolen Leben. Puh. Also hab ich jetzt noch fünf. Ach, ist das geil. Wow. Okay, das muss ich jetzt mit Köpfchen machen. Okay, das war Nummer eins. Haha. Das hab ich mit Köpfchen gemacht. Hier ist ja nur Munition. Was soll der Scheiß? Vier Leben wieder. Hm. 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 Hä? Wo muss ich lang? Ähm. Wo muss ich lang? Also ich denke mal, man muss schon hier lang, oder? Hm. 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 Ach. Sah aus wie ne Wand. Aber es ist mir ja nicht zum ersten Mal passiert. Hm. 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 Okay. Wow. Wow. Oh. Wieder der gleiche Fehler wie gerade. Haha. Ach so, jetzt bin ich hier rausgekommen. Ah. 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 Verstehe. Nice. Ach. Das geht nicht. So weit schießen die nicht. Äh. Das ist ja klar. Das war sowas von klar. Idiot. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. 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 Arsch, ey.